Und das hat mir exakt gar nichts gebracht. Aber vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, diese Zombies zu besiegen. Weil ich irgendwie eine Ahnung habe, dass ich dann irgendwie vielleicht hier rüberkomme. Ja, oder so. Huch, vorsichtig. Ruhig, Brauner, ruhig, Brauner. Vollt nix, Feuerladung. Okay, er ist hin, aber... Das bringt mir mal voll gar nichts. Hm. Bleibt nur noch das Experiment mit der Kappelmine. In der Hoffnung, dass es funktioniert, wollte ich sagen. Aber das funktioniert wohl doch irgendwie nicht. Also nicht so, wie ich gerne hätte. Was ziemlich scheiße ist. Zurück. Okay. So ging es dann also wohl doch. Denn da hinten ist ein Schalter. Oh, wow. Fortschritte. Ich werd wahnsinnig. Ich werd auch neis. Tja. Soll noch mal einer sagen, ich kann sowas nicht entziffern. Oder ich kann sowas nicht rausbekommen. Ja, ja. Spiel, das hast du dir so gedacht. Jetzt stirb, du Sau. Gut, gut, gut. Alter, Vater. Was ist denn das? Keine Ahnung, was es ist, aber es gefällt mir nicht. Oh. Hallo, Zielerfassung. Ja, aber ja, klar. Boah, auf ne drehenden Plattform, Leute. Das hier, boah, das ist voll unnormal hier. Tschüsschen. Yo, schön abgedrängt. Ähm. Ja, da sind bestimmt, da sind hoffentlich Herzen drin. Ja, sehr schön. Und Ammunition. Ah, ne Fee. Hallo, Fee. Hallo, liebe Fee. Komm doch bitte wieder zurück. Ich hab nämlich ein kleines neues Zuhause für dich. Eine Flasche. Bam. So ist schön. Ich glaub, hier war das jetzt. Ja. Ja. Ja, da ist endlich der Schlüssel. Ja, da ist endlich der Schlüssel. Schön, 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 schön. Fantastisch, 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 fantastisch. Wo lauf ich hin? So, hier muss ich rein Da kann man echt von Glück sagen, dass ich es Mit den paar Krabbelminen geschafft habe Muss mich nochmal einsetzen hier, richtig Da kann man von Glück sagen, dass ich es mit den paar Krabbelminen geschafft habe Weil dann wäre das bestimmt nochmal übel geworden Ein Raubschleim Das geht ja mal gar nicht Ja, ich hätte den Raubschleim noch ein bisschen Oh, fuck it Ja, komm, lass mich in Ruhe, Junge Spuckt mich wieder aus, du Wichser Und vor allen Dingen rückt den Schild wieder raus Sonst kriegen wir hier echt Stress miteinander Na, super Geben wir hin Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Totongo-Babys im Geister-Tempel Jetzt werdet ihr langsam richtig abgefuckt, Leute Oh, Leute Geht mir doch einfach nicht auf den Sack Wenn's geht Yo Das sind immerhin schon mal Krabbelminen Das ist schon mal nicht schlecht So Und auch mit ihr Und wie zum Henker soll ich jetzt da bitte drankommen Oh, Leute Ihr seid doch Wichser, ey Ohne Scheiß jetzt Ähm Okay Mal schauen Irgendwie muss man ja da hochkommen Leute, wie habt ihr euch das denn jetzt vollgestellt Irrk Ich komm hier wieder vom Ring in die Taufe Ja Und dabei hatte ich eigentlich gedacht Ich hätte gerade so schöne Fortschritten gemacht Oh Also gut Nachdenken Joker Nachdenken Ähm Ähm Hast du noch was zu erzählen? Nö Nö Hast du nicht Ähm Das ist aber auch kein Schalter mehr oder so Irgendwas Ähm Oder doch I don't have a fucking clue Ja, nerv Gehen wir nicht auf den Sack Hm Hm From the way, bunny bastard Okay, da ist so ein Augenviech Das geht mal gar nicht, ey Ähm 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 Scheiße Das darf ich nicht Hm 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 Also gut Versuchen wir es mal Auge der Wahrheit Hilft auch nix Yo Äh Dann mach ich an der Stelle mal einen Schnitt Und äh Boah Boah Dann mach ich mir mal einen Plan Wie das gehen soll Und ja Wenn ich soweit bin Bin ich wieder drin Bis dahin Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal